hey leute was geht willkommen zum neuen video und zwar geht es heute um den erfolg durcheinander und zwar müssen wir für diesen erfolg zehn mal drei gegner auf einmal töten das ganze finde ich persönlich funktioniert am besten in act 3 abschnitt 2 evolution und vergesst nicht lässig auszuwählen das macht es ein bisschen einfacher und zwar spielen wir jetzt bis an dem punkt wo wir über diese bretter hier gehen müssen ihr rüstet eure granaten aus und unter uns werden jetzt ein paar gegner sein es springt jetzt einmal runter hier links geht es leider nicht wo der dude vorher runter gefallen ist sondern ihr lauft jetzt ein stückchen weiter ich glaube der früheste punkt ist hier vorne ich glaube nicht dass man früher runterfallen kann und zwar seht ihr jetzt die gegner es sammelt jetzt so ein bisschen und schmeißt im endeffekt vor euch die granate zumindest habe ich das so gemacht und das ganze könnt ihr natürlich zweimal machen denn ihr habt zwei granaten mit dabei und glaubt mir das spawn auf jeden fall genug gegner ich bin mir nicht sicher ob es unendlich sind aber spawnen definitiv genug das ganze machen wir jetzt hier nochmal und dann habt ihr quasi die möglichkeit entweder wie ich jetzt hier im video gleich zu sterben oder halt eben den kontrollpunkt so an sich erneut zu laden und wie gesagt das ganze muss man dann zehn mal machen und dann müsste sich für euch auch der erfolg freischalten ja ich glaube ich habe nichts vergessen ich würde sagen das war es dann mit dem video ich bedanke mich fürs zuschauen man hört sich ciao das kommt